Ja, Arkadaşlar, bitte etwas wagen, wie sich wagen, farknene wakalım. Etwas wagen, bir şeye cesaret etmek demek demek. Etwas ama Almanca da türkçeden farklı olarak e-hal ile değil, i-hal ile, yani Akkusatif ile doldrulmalı baken. Soll ich mit meinem Arbeitgeber über eine Beförderung und eine eventuelle Gehaltserhöhung sprechen? Soll ich es wagen? Soll ich diesen Schritt wagen? İşverenimle, terfi işini ve olası bir maaş zammını konuşayım mı? Buna cesaret edeyim mi? Yani bu adımı atmaya cesaret edeyim mi? Diğerine bakalım. Seit dem angriff auf ein kino, wage ich mich nicht mehr mich in öffentlichen Räumen aufzuhalten. Bir sinemaya yapılan saldırıdan beri artık umumi alanlarda bulunmaya cesaret edemiyorum. Yani buradaki cesaret etmek, kendinde o cesareti görmek.